... wieder zum Vorschein. Die Tageshöchstwerte liegen morgen bei 17 Grad, in Lienz bei 19 und in Bozen bei 24 Grad. Und sicher unterwegs sind Sie mit dem Radio Tirol Verkehrsservice. Hermann Hammer sagt Ihnen, wo es zu Behinderungen kommt. Mehr Ketten brauchen Sie nach wie vor über das Timmelsjoch und über die Villa Höhe. In Bayern ist nach wie vor die Autobahn auch...